Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Neue Woche, spannende Woche. Es gab keinen Marktausblick, ist mir heute so im Laufe des Tages gekommen. Deswegen werden wir jetzt im Video auf jeden Fall mal auf die wichtigsten News morgen und übermorgen auf jeden Fall mal eingehen. Außerdem natürlich auf den Bitcoin- und auf den Ethereum-Chart. Der Rest Altcoins, habe ich ja gesagt, kommt so im Laufe des Wochen jetzt so wieder ein bisschen mehr Bewegung, dass ich auch mal wieder ein paar Altcoin-Update-Videos mache. Das ist im Laufe der Woche dann auf jeden Fall. Wahrscheinlich erst so gegen Ende der Woche, wenn dann Zinsentscheid und sowas dann erstmal rum ist. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, starten wir direkt durch. Lasst dem Video doch gerne schon mal ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. War jetzt ein wenig ruhiger die letzten Tage das eine Signal, was ich noch gepostet habe, wo der Bitcoin-Long, der läuft weiterhin noch. Also da kommt gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung, komplett for free. Und auch nochmal ein kleines bisschen Werbung. Hört euch gerne die erste Folge unseres Podcasts an. Mit Bagu und Puzzles-Analytik. Gerne vorbeischauen auf Spotify. Apple spinnt weiterhin. Ich hoffe, die meisten von euch haben Spotify. Ansonsten wird es jetzt morgen, denke ich, dann auf YouTube hochgeladen, die Folge. Und am Freitag kommt schon die nächste und wir sind schon wieder fleißig dann am Aufnehmen. Gut, damit würde ich sagen, genug Werbung gemacht. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Analyse. Boah, Nase juckt. Egal. Auf jeden Fall 25.900 US-Dollar. Es hat sich zu gestern eigentlich nichts getan. Nicht mal gestern zum Wiki-Close oder so kam hier ein bisschen Bewegung rein. Gar nichts. Wir befinden uns weiterhin hier in der 25.9-Region. Das war so ein bisschen der Fahrplan. Hat fast gewirkt. Nur wir sind hier eben nicht ausgebrochen. Es wäre zumindest mal wichtig, hier über die 26.150 drüber zu kommen. Weil sich hier so eine kleine, wenn wir das jetzt mal so einzeichnen hier, so eine kleine Range hier erst einmal gebildet hat. Wichtig wird es dann, im Endeffekt nach oben hin auszubrechen. Wir haben unsere Ineffizienz bei 26.3. Die sollte noch gefüllt werden und dann kommt es darauf an, wird die nur gefüllt, kommt dann der nächste Abverkauf. Da ein bisschen dann mal ein Auge drauf werfen. RSI-Technisch tut sich sehr, sehr wenig und vom Volumen auch bisher. Natürlich haben wir jetzt die ganze Sache mit Binance US noch, wo uns jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Volumen fehlt. Aber ich habe es ja gestern schon dazu gesagt, es wird oder Hongkong versucht zumindest so langsam schon die ganzen Börsen abzuwandern. Das heißt aus den USA raus Richtung Hongkong. Wir nehmen euer Geld oder euer Money gerne und pumpen damit oder dumpen damit die Märkte. Da müsst ihr es in den USA nicht machen. Also USA, wie gesagt, brauche ich nicht weiter erläutern. Schießen sich damit im Endeffekt nur weiterhin selber ab oder beziehungsweise schießen sich selber ins Bein. In einer Struktur hat sich auch nichts geändert. Und weil ich es ja gerade gesagt habe, morgen stehen wichtige Daten an. Morgen kommen die VPI-Daten. Also das heißt die Verbraucherpreise kurz vor dem Zinsentscheid. Das wird dann auch nochmal sehr, sehr interessant werden. Prognose schauen wir uns gerne mal an. Die Kernrate, wenn es lädt, perfekt. Prognose liegt bei 5,3%. Also das heißt auch hier sollte die Inflation, VPI-Daten nach unten gehen. Ein bisschen zumindest wäre natürlich gut für den Fett-Zinsentscheid. Und da können wir auch mal ganz kurz drauf blicken. Zu letzter Stand war 75%. Wenn wir das jetzt mal aktualisieren, wie sieht es jetzt gerade aus, wie viele Leute gehen davon aus, dass die Zinsen so bleiben. Da sind wir schon bei 80%. Also es wird 80% eingepreist, dass die Zinsen nicht erhöht werden. Gutes Zeichen für die Märkte. Das ist ja das, was wir die letzten Wochen und Monate immer mal so spekuliert haben. Dass es jetzt erstmal ein bisschen seitwärts läuft, bis dann die Inflation möglicherweise nochmal ein bisschen tiefer geht. Also sollte morgen die VPI-Daten deutlich, deutlich nach unten gehen. Das heißt unter 5% sehe ich komplett bullische Märkte, auch bei Bitcoin etc. pp. Sollten die Daten dann so wie angemessen ist, wird es wahrscheinlich erstmal seitwärts weiterlaufen, bis wir dann hier im Endeffekt den Zinsentscheid am Mittwochabend dann haben. Da gehen wir auf jeden Fall live. Das könnt ihr euch schon mal vormerken. Darauf freue ich mich schon mal richtig. Vielleicht kommt da endlich mal wieder ein bisschen mehr Bewegung rein. Und ansonsten, wie gesagt, tut sich ehrlich gesagt sehr, sehr wenig derzeit im Chart. Wir müssen auf die News warten, was die uns sagen. Der ganze Markt generell ziemlich seitwärts. Gold, Long-Position, haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, läuft. Auch hier überhaupt keine Bewegung derzeit. Wir bilden hier nicht mal höhere Hochs. Also auch hier muss man ein bisschen vorsichtig sein mit weiteren Positionen. Dax Long läuft, aber auch hier sehr, sehr wenig Bewegung. Wir haben hier immer noch dieses Gap offen, wo wir ja vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen haben. Das würde so bis ungefähr 16.147 Punkte gehen. Hier wenig Veränderung. Und Dow Jones auch so ein bisschen am Scheideweg. Also da wird es echt interessant werden diese Woche. Wir haben noch kein höheres Hoch. Es wird sich hier oben meines Erachtens nach entscheiden. Die 34.273 Punkte Marke. Kriegen wir ein Close darüber? Ist es bullish? Werden wir hier oben rejected? Dann wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen die Luzi nach unten hin abgehen. Aber so, wie wir uns das im Endeffekt gemalt haben, perfekt. 0,5er getestet. Pump nach oben. Und jetzt wird es interessant werden, wie dann eben morgen und übermorgen die Newslage ist. Kurzer Wochenausblick. Hat eigentlich mal ganz gut getan, beziehungsweise es nicht so in die Länge zu ziehen. Aber wie gesagt, bei Bitcoin tut sich wenig. Das Einzige, was wir so auf den größeren Timeframes sagen konnten, okay, wir haben hier so einen schönen doppelten Boden. Ja, grundsätzlich stimmt das. Aber dafür muss halt eben die genannte Ineffizienz hier oben erstmal gefüllt werden. Beziehungsweise brauchen wir daraufhin auch ein höheres Hoch mit Bestätigung, um dann den Trend nach oben hin vorzusetzen. Mit den richtigen News kann das wirklich was werden mit dem Breakout. Ansonsten muss man hier echt momentan echt noch vorsichtig sein. Kein Volumen, keine richtigen Impulse. Nichts wirklich zu traden momentan. Tut mir leid, wenn da jetzt so wenig Input von meiner Seite kommt. Aber was will man machen in solchen Seitwärtsphasen? Ich habe nochmal BTC gekauft, habe ich ja gesagt, ein bisschen hier in dieser Phase. Aber halte mich immer noch ein bisschen zurück, weil es halt eben darauf ankommt. Und das könnte wirklich sein, dass diese Seitwärtsphase uns wirklich so ein Fakeout bringt und dann nochmal in Richtung 25.000, 24.000 US-Dollar abverkauft wird. Unser Golden Pocket liegt hier immer noch. Wir gehen kurz auf den Daily-Timeframe, um sich das nochmal ein bisschen genauer anzugucken. Also unser Golden Pocket hier unten bei den 23,9. Ja, grundsätzlich liegt es da. Wir hatten aber jetzt auch schön den Retest hier dieser ehemaligen blauen Linie, die wir hier mal gezeichnet haben. Das war der Retest, den wir jetzt hier im Endeffekt hatten. Ineffizienzen geschlossen. Retest dieser Marke. Und was ich auch schon des Öfteren gelesen habe, theoretisch könnten wir das Ganze auch, wenn wir jetzt wieder in die Pattern-Richtung gehen, so als Retest dieses komischen Head-and-Shoulder-Chart, also Inverse-Head-and-Shoulder-Chart-Pattern sehen. Aber wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein. Das wird sich jetzt die nächsten Tage, denke ich, mal entscheiden. Ich denke, ab morgen, übermorgen wird deutlich, deutlich mehr Bewegung reinkommen. Downtrend ist noch intakt. Auch hier brauchen wir uns erstmal keine Gedanken machen. Nach unten hin kriegen wir jetzt gerade ein bisschen Stabilität rein. Schauen wir mal, wie sich das noch weiter erübrigt. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Im Endeffekt das gleiche Spiel. Vier-Stunden-Basis. Gleiches Chartbild wie bei Bitcoin. Klar, wir hatten hier ein bisschen mehr Abverkauf. Hat natürlich auch damit zu tun, wegen dem ganzen Altcoin-Crash, was wir letzte Woche hatten. Oder am Wochenende, Samstagmorgen. Wo ich immer noch ein bisschen komisch finde, da sowas am Wochenende passiert. Aber gut, die Leute wissen schon, warum sie das machen am Wochenende. Gefällt mir aber hier eigentlich noch ein bisschen besser. Also wir müssten hier deutlich, deutlich mehr noch aufholen gegenüber Bitcoin. Wir haben hier noch eine größere Ineffizienz hier oben. Und da wird sich dann auch entscheiden, wie steht Bitcoin zu der Zeit. Kriegen wir einen Abverkauf rein, dann wird Ethereum auch nochmal deutlich fallen. Momentan haben wir hier einfach noch genügend Support. Genau an dieser Zone, wo wir zuvor immer wieder Widerstände hatten. Schauen wir uns auch mal ganz kurz auf einen größeren Timeframe an. Seht ihr hier auch genau das gleiche Beispiel von dieser Range, die wir jetzt hier nochmal geretestet haben. Breakout gehabt. Schuss nach oben. Dann hier jetzt momentan den Retest. Und wenn das Ganze jetzt stimmig sein sollte mit den ganzen News und sowas, könnten wir hier wirklich ein nachhaltiges Breakout Richtung 2600 US-Dollar sehen. Dafür muss aber jetzt auch erstens die Zone halten, die News passen. Ansonsten denke ich, werden wir nochmal einen Abverkauf tiefer sehen. Und dafür lohnt sich dann auch mal ganz kurz das FIP-Level zu ziehen. Von unserem Abverkauf, huch, das wollte ich nicht, aber das können wir mal ganz kurz weg machen. Von unserem Tief, sage ich jetzt einfach mal, bis zu unserem Top. Und dann wären so die nächsten Zonen auf jeden Fall die 1640. Wenn nicht sogar, wenn wir ganz tief runtergehen zu der Ineffizienz 1500 US-Dollar. Das sind jetzt mal so die bearischen Szenarien. Das Bullische, habe ich jetzt auch gerade gesagt, mit den 2600 ins Golden Pocket hier hoch. Dafür müssen die News passen. Dafür muss alles passen. Kriegen wir morgen einen Dämpfer und am Mittwoch auch. Dann gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass die Korrektur noch nicht vorbei sein wird. Bitcoin wahrscheinlich ein bisschen stärker, Ethereum ein bisschen schwächer. Und ja, das war es dann eigentlich schon wieder. Sorry, dass ich euch nicht mehr Input geben kann oder irgendwelche Trade-Signale momentan. Wie gesagt, Bitcoin long läuft, DAX long läuft, Gold long läuft. Aber es muss halt auch Bewegung im Chart reinkommen. Mehr kann ich euch nicht bieten. Morgen früh hören wir uns dann wieder zum Update-Video wieder. Morgen geht es dann auch los mit Altcoin-Updates. Mit dem ersten zumindest. Da picke ich mir immer noch einen raus. Das wird wahrscheinlich auf Chainlink oder sowas rauslaufen. Weil mir da die Strukturen besser gefallen. Und ansonsten, Like da lassen. Abo da lassen. Würde ich mich riesig darüber freuen. Gerne auch einen Kommentar, um den Algo ein bisschen zu pushen. Und gerne einen Podcast anhören. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.